hey kein schnittchen und willkommen zu einem kleinen special lp mit dem bram das bin ich ja 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 und wir spielen an für mario oh ja don't fall in oh ok nein scho wo ist ein scho wo ist fick dich bram fick dich einfach nur ich möchte an dieser stelle gucken falls ihr das jetzt gerade nicht richtig gesehen habt wie awesome ich war kriegt aber noch ein stück zurück und guckt dann zieh weg ich den jay noch mal schnell oh ja meinst du mhm what ohne scheiß wo war die denn die hab ich gar nicht gesehen jetzt zieht er halt mal rein so der ist a lang alles klar rechts ist er nicht mehr dann ist er da boah wunderschön junger wunderschön die hab ich noch nie mal gesehen in meinem sichtwerk der bram ist so ein maravaka was das angeht haha jawohl 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 geheimlevel oder was keine ahnung das ist ein fahrrad hahaha warte 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 und warte 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 Alter, jetzt bin ich tot. Alter, ich bin so voll drin am Schack. So, guck mal. So, machen wir den jetzt. Haben wir Mittagsruhe oder was? Ne, oder? Also erstmal brauchen wir Glück. Die wird nicht mehr. 13 bis 15 Uhr Mittagsruhe. Wann ist das? LOL! Was? 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 Was ist denn da jetzt passiert? Alter, voller was? 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 Was ist denn da jetzt passiert? Alter, voller was? Oh Gott, ich teile es. Was ist das passiert? Was ist das passiert? War das Magnet auf Magnet oder was? Ich glaube, das Glück... Du wirst dich mit dem Magneten anziehen. Und du standest natürlich auf dem Magneten. Im ganzen Fluch. Richtig dann auf dem Gesell. Was? Ich muss mir unsere Gesichter vorstellen. Alle vier gleichzeitig so. Ey, was geht da ab gerade? Check was. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Flying to the moon, Alter. Holy shit, Alter. Soll ich dich noch ein bisschen weiter abhauen? Ja, sicher. Klar. Ja, lass abhauen. Ja, lass abhauen. Ja, das ist schon mal gut. Ja, ich habe jetzt nur eine Hähnchenbrust, aber gut. Ja, ich habe fünf dabei. Ich meine, kann ich dir gleich geben. Ah, hier ist noch ein Hähnchen. Das geht ja schnell down. Hinter uns hat jemand ge... Was? Alter, hinter uns steht jemand. Wer denn? Bist du geschlagen? Ja, ich bin tot. Von wem? Das kann nicht wahr sein. Bist du echt gestorben? Oder so, ja. Ist der noch hinter mir her? Ich weiß es nicht. Oh scheiße, er ist hinter mir her. Ja, Leute, jetzt zöntet er mich krass, ey. Ja, kann ich nichts machen. Bist du auch down? Ja, ich glaube schon. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Leute, wie kacke ist das denn, ey? Scheiße. Ohne Spaß. Wir sind so schnell weggerannt wie gegen ihn. Gott sei Dank, die Fass hat ein Ende. Ey, ihr habt euch richtig gut geschlagen hier am Ende. Ja, total, ey. Bist du sicher, Sip? Das habe ich anders gesehen. Das geilste Spiel ever. Ich bin raus, Jungs. Hahahaha. 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 Wir haben aber nur keinen Bock auf das schlechteste... Die schlechteste Zeit, die ich so seit langem investiert habe. Da hab ich einfach keinen Bock drauf. Uhahaha. Schlechtes Matchmaking. Spiel ist ganz okay, aber. Ist keine Schadelphsteuerung. Kann ich lieber was anderes spielen. Alles klar, dann sind wir einmal für's zuschauen. Und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü! Bis zum nächsten Mal.